In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Guthaben an der Kryptowährungsbörse MEXC aufladen, Smartcoins kaufen und diese an Ihre Wallet auszahlen lassen können. Der Smartcoin wird als Gas bei allen Transaktionen mit Ultima verwendet. Um Split-Transaktionen durchzuführen, müssen Sie mindestens 5.500 Smarts in Ihrer Wallet haben. Schritt 1. Aufladen des Guthabens. Melden Sie sich bei der Börse an. Wählen Sie Wallets, Deposit, Wallets, Einzahlung. Wählen Sie aus der Liste die Kryptowährung aus, die Sie an die Börse senden möchten, und das entsprechende Netzwerk. Klicken Sie anschließend auf Click to generate address, zum Generieren der Adresse klicken. Es erscheint ein QR-Code zum Aufladen, sowie eine Adresse, die Sie kopieren können. Senden Sie die Kryptowährung in jeder Ihnen passenden Weise an diese Adresse. Warten Sie bitte, bis die Transaktion bearbeitet wird. Nachdem die Bearbeitung abgeschlossen ist, werden Sie sehen, dass sich Ihr Wallet-Guthaben erhöht hat. Jetzt können Sie Ihre erste Order aufgeben. Schritt 2. Erwerb der Smartcoins. Wählen Sie auf der Hauptseite die Rubrik Spot aus. Geben Sie im sich öffnenden Fenster im Suchbereich den Namen der Kryptowährung ein, die Sie kaufen möchten. Wir nehmen hier Smart und sehen, dass das Smart-Slash-USDT-Paar verfügbar ist. Sie können Smart zum Marktpreis, das heißt zum aktuellen Preis kaufen, oder eine Limit-Order zum gewünschten Preis aufgeben. Sie können auch eine Stop-Limit-Order platzieren, die es Ihnen ermöglicht, gleichzeitig einen Stop-Preis und einen Limit-Preis festzulegen, um den Preis für die Ausführung Ihrer Transaktion zu kontrollieren. Wählen Sie die gewünschte Orderart und den Preis aus, zu dem Sie Smart kaufen möchten, im Falle einer Limit-Order. Die Anzahl der Smartcoins, die Sie kaufen möchten. Und klicken Sie auf die Schaltfläche. Buy Smart. Smart kaufen. Fertig. Sie haben Smart an der Max-C-Börse gekauft. Jetzt müssen Sie diese an Ihre Smart-Wallet übertragen. Schritt 3. Abhebung von Smartcoins an die Smart-Wallet. Um die Coins von der Börse abzuheben, müssen Sie Ihre Wallet-Adresse kopieren. Öffnen Sie dazu die Anwendung Smart-Wallet und klicken Sie auf die Smart-Karte. Sie sehen Ihre Wallet-Adresse, die Sie kopieren können, indem Sie auf das Kopiersymbol klicken. Gehen Sie zurück zu Maxc in Ihre Wallet und wählen Sie Withdraw. Abheben. Geben Sie die Bezeichnung Smart in die Suchleiste ein. Geben Sie die kopierte Wallet-Adresse und den Smart-Betrag ein, den Sie senden möchten. Bestätigen Sie den Versand und warten Sie, bis die Börse die Transaktion bearbeitet. Sobald die Transaktion abgewickelt ist, erhalten Sie die Coins in Ihrer Wallet. Bezeichnung